Da aber Saul, die Herrscher der Philister, sah zu Sunem, fürchtete er sich und sein Gemüt verzagte. Und er ratfragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihn nicht, weder durch Träume, noch durch das Licht, noch durch Propheten. Da sprachen zu dem König seine Knechte, siehe, zu Endor ist ein Weib, das die Toten beschwört. Und Saul vertauschte sein Gewand und ging, begleitet von zweien Männern, in der Nacht zur Hexe hin und sprach, Weiß sage mir durch deinen Seher Geist und bringe mir herauf, den ich dir sage. Da sprach das Weib, wen soll ich aus dem Schlaf der Tiefe rufen? Und Saul entgegnete, bringe mir Samuel herauf.